Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Nein! 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 Was willst du? Was willst du von mir? Was willst du von mir? Was willst du von mir? Geh nach Damascus. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Geh nach Romanschen! Geh nach Geh nach Vielen Dank.